Die Stimme hat jedenfalls vor der 76 der Manuel Gero von Smash Fitnesspark. Mit der 77 der Lukas Lipp vom Wehrhaus in Weimar. Mit der 78 der Marcolin vom Bauhaus Ludwig. Mit der 79 der Kapan Jaya vom Bauhaus Ludwig. Mit der 80 der Steffen Endres vom Evolution Fitness Club in Rottenburg. Mit der 81 der Christian Lipp vom Bauhaus Ludwig. Mit der 82 der Christian Lipp vom Bauhaus Ludwig. Auch hier machen wir ebenfalls vier nummerische Vergleiche. Mit der 81 der Kapanji. Mit der 82 der Kapanji. Der 3. Vögel-Drehung zur Rückenansicht. Aufmachen zu Vögel-Drehung nach rechts. Und nochmal eine Vögel-Drehung zur Rückenansicht. Und kein Bauch. Danke schön, meine Damen und Herren. Auf geht's, Chef! Hinschel, 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 Hinschel! Und so gut, 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 gut! Vögel-Drehung nach rechts. Vögel-Drehung. 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 Sehr schön. Vögel-Drehung nach rechts. Vögel-Drehung nach rechts. Und gleich gut! Sehr gut! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Und nochmal eine Vögel-Drehung zur Rückenansicht. Ein Tor! 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 Mit der 78 Mit der 80 der Staffel Mit der 83 der Ja Und der Christian mit der 82 Eine Vögeldrehung nach rechts Eine Vögeldrehung zu 19 Eine Vögeldrehung nach rechts Und nochmal seine Vögeldrehung So frontendlich Der Maoko und der Jan bleiben stehen Die anderen Athleten dürfen nach hinten Dazu kommen noch Der Hakan Eine Vögeldrehung nach rechts Eine Vögeldrehung nach rechts Eine Vögeldrehung zur Vögeldrehung nach rechts Oder eine Vögeldrehung nach rechts Eine Vögeldrehung unter rechts Und zur Vögeldrehung nach rechts Und zur Vögeldrehung nach rechts die ganz gesinkt Klasse in Reihen über 186. Selbstkommunik sind wir auch bei dem Mahler im Landtag. Dankeschön!